So, mir ist noch was aufgefallen und zwar in Arctic Open haben wir das Guilden Game irgendwie übersprungen, keine Ahnung warum ich bin jetzt kurz mal reingegangen, hab mir das kurz angeschaut, hab aus Versehen da kurz Bronze gemacht, aber ja, wir schauen mal, hier 22 Meter hab ich gemacht vor Bronze, 90 Meter vor Silber, deshalb schauen wir mal rein. Das Ganze ist sowas wie eine Skisprungschanze, so in der Art und man muss so weit fliegen wie möglich, aber halt ohne Motorrad, das heißt man muss vom Motorrad weggehen, also sich sozusagen wegschleudern, das werden wir mit Dreieck machen auf der Playstation 3, so wir nehmen hier Gas und einmal, das war, ach verdammt, es zählt der Aufprall, ich hab gedacht vielleicht, dass, ja okay, dann würden wir ganz runterrutschen, das ist dann natürlich auch ein bisschen, So, wie können wir das am besten machen, ah, der kommt ja gar nicht weiter, so, wir waren gar nicht besser, gibt's irgendwie einen Trick oder so, irgendwie gleich von hier, guck mal der flattert so mit den Armen, ist ja auch geil, so ja, 0 Meter, also, das Ding ist, weil, es geht so gerade oder so leicht nach unten, also wir springen ja gar nicht richtig nach oben, deshalb, oder wir müssen ein bisschen auf dem Motorrad, Ah, wir müssen uns nach vorne lehnen und dann, glaubt wir, dann schleudert es so ein bisschen weg, äh, nein, ich wollte nicht hier Rebelle machen, nein, ich wollte auch nicht zurück, eigentlich wollte ich nur, ja komm, dann, machen wir nochmal neu, So, weil, jetzt hab ich, glaub, den Trick ein bisschen raus, man muss ein bisschen länger auf dem Motorrad bleiben, ein bisschen nach vorne lehnen und dann, weil der springt ja so ein bisschen vom Motorrad weg, deshalb das nach vorne lehnen, so, mal gucken, ob das klappt, Wir holen Speed und, ja, äh, neiter Versuch, so, jetzt aber, hallo, 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 der macht hier immer gleich ein Wheelie, wenn ich hier Vollgas kippe, so, und, oh, wir sind schon mal, ja, wir sind schon weitergekommen, neuer Bestrekord, wenn man über die Klippe rüberstand, ist eigentlich, denk ich mal, gar nicht mehr so schwer, weil, wer dann geht ja hier, die Rampe ist schön nach unten, so, aber, ah, oh, oh, so, ganz knapp, wir kommen der Sache langsam näher, aber wie soll ich dann noch besser werden, so, hier ist mal ein Stopp hier runter, okay, das war, ja, schon mal gar nix, So, ähm, ja, irgendwie, ne, irgendwie fehlt da so ein kleiner Sprung nach oben, dann wird man da wirklich geil hier runterkommen, so, oh, oh, Motorrad, nein, das Motorrad hat als Boden gerade gezählt, hey, der Trick, der wäre so genial gewesen, dass mein Motorrad mich noch irgendwie so weiterbringt, So, oh, 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 na, verdammt, was war denn überhaupt mein Rekord? Irgendwas mit 40, oder war ich schon bei 47? Ich glaube 47, oder? Oder 43, 44, ich weiß es gerade gar nicht. Oh, ich komme nicht weiter. Also über 40 wird dann schon schwierig. Guck mal, wir fahren hier 10 Meter, ich war noch voll in der Luft, habe das Motorrad berührt und dann zählt es schon als Ende. Alter, wie kommen wir da, Alter, wie kommen wir über die Kante rüber? Gibt's ja gar nicht. Oh, das war ein bisschen zu schnell. Vielleicht gehen wir ein bisschen zurück. Ja, okay, ähm, ja, 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 sechs Meter, wow. Hat nicht so ganz funktioniert. So, oh, 40, hab, oh, 40 wieder. Aber kein neuer Rekord, wir waren ja schon mal weiter. So, oh, der war, ah, der war, oh, der war ziemlich weit oben. Aber irgendwie, es hat halt noch nicht ganz gereicht. So, jetzt, 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 komm, komm, flatter, flatter, flatter. Wow, 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 ja, flatter. Alter, wie das aussieht, Mann. Wie als würde er wirklich fliegen wollen. Alter, 90 Meter und dann haben wir erst Silber. Wann kriegt man Gold? So, ah, es war ein bisschen zu weit nach hinten gelehnt. Deshalb schießt es ein bisschen so eher weiter nach hinten. Wird doch aber auch nicht zu weit nach vorne, weil dann geht man zu schnell auf den Boden, also. So, hab ich jetzt mal das Gefühl. Ich hab jetzt nicht voll den Trick raus, aber... Ah, verdammt. Zu knapp. Alter, wie hab ich das jetzt einnehmen, weil jetzt hinbekommen, dass ich über die Kuppel rüber bin? Da waren wir... Nee, das hab ich jetzt schon von Anfang an gesehen, dass wir da nicht so weit oben waren. Da waren wir relativ weit oben. So, yeah, immer noch nicht ganz. Aber wir schaffen schon mal die 40. Meistens. So, ah, okay. Ich wollte schon sagen, der war ein bisschen schlechter, der Versuch, aber die 40 waren lieber dabei. So, oh, oh, nee, da... Okay, das war mal gar nichts. So, die falle ich so. Hey, es ist schon ein bisschen zu früh. Obwohl, ja... Es ist trotzdem knapp... Also am Anfang war ich schlechter. Ich muss irgendwie den perfekten Moment finden, aber ich finde ihn irgendwie nicht. Ich will wissen nicht. Oh, flatter, 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 flatter. Ah, verdammt. Das Motorrad war gerade leicht im Weg, aber... Ich glaube, ich hätte auch keinen neuen Rekord geschafft. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Alter, komm, ich will das schon eigentlich eine Silbermedaille. Aber ich will eigentlich auch nicht zu lang hier bleiben. So, oh, 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 flatter, 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 flatter. Uh, flatter, 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 flatter. Sehr schön. Okay, und wann gibt's Gold? Sicherlich irgendwie bei 150 oder so. Wir schauen mal kurz rein, ey. Boah, Alter, kann man das noch toppen? 115! Alter, was hatten wir? 109! Okay, ich würde sagen, so vielleicht mal so zwei, drei Versuche nochmal kurz. Es ist ziemlich knapp. Also wenn ich das jetzt nochmal hinbekomme, so gut... Es hat nicht viel gefehlt. Nicht mal sechs Meter. Das ist schon eigentlich verdammt wenig. Vor allem der ist so Richtung Ende ziemlich schnell nach unten. Also so Richtung Boden. So, und wie habe ich das jetzt gemacht? Wow! Aber da... Oh, reicht das? Oh! Alter, warum bin ich jetzt plötzlich so gut? Trotzdem 10 Meter. Hat aber auch wieder richtig geil gerade gewesen. Ich weiß aber gar nicht, was ich jetzt anders mache, im Gegensatz zum letzten Mal. Ja, der war jetzt nicht so. So, der war schlecht. Unter 40. Vor allem hier der erste Versuch wieder war so richtig genial. Ah, der war zu weit nach vorne gelehnt. Da kommen die Goldmedaillies zu zum Greifen, na? So, fast wieder aufgestiegen aufs Motorrad. Ähm, irgendeinen weiteren Trick noch auf dem Lager? Oh, ah, oh, oh, oh. Aber das schaffen wir nicht. Das war zu knapp. Aber wir sind wieder ein bisschen weiter gekommen. Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie ist das so ein bisschen... Also klar, es gibt sicherlich einen Trick dabei, aber bei mir ist das so ein bisschen Glückssache, finde ich. Jetzt komme ich wieder... Ah, Mann, zieh doch deine Beine ein. Das ist noch so ein Mal. So richtig genial. Oh, da kommen wir wieder rüber. Aber ne, das ist auch wieder zu niedrig. Das eine Mal, da waren wir so richtig geil hoch. Aber was habe ich da gemacht? Was habe ich da gemacht? So, wieder aufs Motorrad. Also, das stört auch ein bisschen. Hui, hoppala. Oh, okay. Na, verdammt. Ich habe noch irgendwas probiert, aber ging leider nicht. So, ich weiß nicht, oder mache ich vielleicht am Start auch irgendwas falsch? Dass wir hier mit dem Motorrad schon irgendeinen Fehler machen? So, jetzt sind wir relativ weit oben, aber halt nicht so groß nach vorne geschossen. Also, wie gesagt, noch ein paar Versuche. So, jetzt kommen wir weit nach oben, aber halt groß nicht nach vorne. Aber so beides, so richtig schön perfekt. Das war jetzt eher weiter nach vorne, aber... So, Alter, hier. Okay, langsam wird es jetzt immer schlechter. So, noch zwei Versuche. So, ah, ganz knapp vorbei. Also, ich sage mal, wenn wir über die 50 rüberkommen, dann kommt man eigentlich auch vorbei, aber... Nee, irgendwie klappt es nicht mehr. Also, der eine Versuch, der war schon richtig geil. Alter, weiß ich, nur so ein paar Meter haben gefehlt. Das war leider schade. So, aber ich will mich eigentlich nicht auch zu lange an einer Stelle aufhalten. So, wir haben hier... Haben wir ja ein paar Strecken gemacht und jetzt kommt noch mal ein Trainingsprogramm, FMX. Hier sieht man, da kommen wohl die Dricks rein, von denen ich mal gesprochen habe. Schauen wir mal, was wir da jetzt tolles anstellen können. Und dann... Und dann... Ich weiß nicht, die drüber, wenn wir da jetzt später nicht mehr측are.